Liebe Harmonika-Freunde, ein herzliches Grüß Gott aus dem schönen Harmonika-Pavillon der Familie Schwarz. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind, wenn wir Ihnen die beiden Modelle Zildertal und Zildertal Plus vorstellen. Vorweg einmal, wie kam der Name dieser beiden Modelle zustande? Warum Zildertal? Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, danke dir, liebe Michaela, dass du uns heute bei der Präsentation unterstützt. Der Name Zildertal führt uns natürlich in das musikalischste Tal der Welt und dort gibt es einen sehr bekannten Harmonika-Lehrer, den Hubert Klausner und mit diesem Hubert Klausner haben wir zusammen diese beiden Modelle kreiert und deswegen der Name Zildertal und Zildertal Plus. Vom Aussehen her ist mir aufgefallen, diese Harmonika ist eher matter, das Modell Zildertal ist eher glänzend und auch von der Stickerei. Was unterscheidet jetzt die beiden Modelle generell? Ja, wir haben hier zwei eigentlich grundverschiedene Instrumente, zum einen das Modell Zildertal in der glänzenden Optik und zum anderen das Modell Zildertal Plus, abgeleitet vom Modell Erlenkönig in gedämpften Erlenholz mit zusätzlich hier einer speziellen Stickerei gefertigt, auch mit diesen echten Hirschhornknöpfen auf der Melodie als auch auf der Bassseite und ganz besonders dieser Notenschlüssel im Balk drinnen, den wir dann im aufgezogenen Zustand sehen werden, wo er sich dann noch viel schöner bemerkbar machen wird. Unterscheiden sich diese beiden Modelle auch von der Stimmqualität? Ja, es ist so, dass das Modell Zildertal mit den 1A Konzertstimmzungen ausgestattet ist und das Modell Zildertal Plus mit den verstärkten 1A Konzertstimmzungen ausgestattet sind, das heißt, sie ist etwas voller, etwas kräftiger vom Ton noch und braucht auch noch weniger Luft als das Modell Zildertal. Zwei sehr schöne Modelle. Was ist jetzt bei der Ausstattung dabei noch? Bei der Ausstattung ist es so, dass wir bei dem Modell Zildertal diese echten Perlmuth-Knöpfe vorfinden und auf der Bassseite ähnlich. Auf der anderen Seite das Modell Zildertal Plus hat die echten Hirschhornknöpfe auf der Discant, sowohl auf der Bassseite und zusätzlich das Modell Zildertal Plus hat diese altmessigen patinierten Beschläge auch noch drauf. Diese altmessigen patinierten Beschläge sehen nicht nur optisch sehr schön aus, sie sehen obendrein auch noch sehr einfach zum Reinigen. Ja, wie ist das beim Kauf mit dabei? Hat man da auch wieder einen Kofferrucksack? Selbstverständlich. Die Harmonik ist komplett oder beide Instrumente sind jeweils komplett ausgestattet mit Koffer oder Rucksack. Und was auch noch erwähnt gehört, diese Harmonikas, beide Modelle übrigens, sind mit den beiden Halbtönen auf der Discantseite statt der beiden Tiefentöne und dem X-Bass auf der Bassseite serienmäßig ausgestattet. Zusätzlich hat das Modell Zildertal Plus noch ein Leder auf der Bassseite, das beim Spielen sehr angenehm ist. Wie sieht das mit der Garantie aus bei diesen beiden Modellen? Die Garantie erstreckt sich wiederum auf drei Jahre, drei Jahre Vollgarantie, auf die Verarbeitung, auf das Gehäuse und auf die Stimmenmaterial der Harmonika. Dazu erhalten Sie unser Original-Kärntanern-Qualitätszertifikat. Zwei wunderschöne Modelle, die wir Ihnen heute wieder vorstellen durften. Noch einmal das Modell Zildertal und Modell Zildertal Plus. Kommen Sie zu uns in den Harmonika-Pavillon, um sich selbst von der Qualität dieser beiden Modelle zu überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie zu uns auf Ihren Besuch.